Und zu Vlog Nummer 1124. Ihr seht, ich sitze im Studio. Hier hängt ebenfalls gerade der Fladi herum. Hinter mir, nee, vor mir, unter mir spaziert Juna durch die Gegend. Bedeutet, die werdet ihr heute mit Sicherheit beide mal im Bild sehen. Ich war nämlich hier ganz gut mit meinem Tintenfass und meinem Schreibding zu Gange. Deswegen habe ich mir so überlegt, wenn ich eh hier sitze, können wir auch gleich von hier aus den Vlog machen. Da ist die Redaktion mal wieder mit am Start. Und ich habe auch so ein bisschen umdekoriert. Ich habe nämlich ein ganzes Sammelsurium an Wallachai-Flaggen bekommen. Da musste ich eine direkt jetzt mit aufhängen für den Vlog. Passt heute nämlich sehr gut. Heute ist der 692. Unabhängigkeitstag der Wallachai, für die, die es interessiert, auch wenn sie heute nicht mehr unabhängig ist. Aber hey, wir müssen auch trotzdem mal darüber geredet haben. Mehr dazu gibt es heute Abend bei Starstable. Jetzt gucken wir erstmal zu den Nachrichten. Wir gucken mal, dass wir jetzt nicht ganz so lange brauchen. Ich habe sechs Themen für euch, aber vielleicht schaffen wir es in unter einer Stunde. Wer dann noch mehr Nachrichten sehen will. Gestern gab es schon den Vlog 2023, wo mit Sicherheit die allermeisten noch keine Benachrichtigung für gekriegt haben. Und gestern Abend gab es auch nochmal 10 Minuten Nachrichten. Aber jetzt gucken wir erstmal die aktuellen Sachen von heute an und starten mit einer, dieses Mal sogar sehr positiven Meldung. Man muss allerdings richtigstellen, dass es eigentlich das Normalste auf der Welt ist und man es in einem funktionierenden, freiheitlichen Staat für gewöhnlich nicht gesondert erwähnen müssen sollte. Wir wissen aber, wir sind hier ein absurdes Teil. Und da laufen die Dinge ja doch ein bisschen anders, als man sich das erhoffen würde. Oder als es angemessen wäre, wenn denn die politische, die politische Elfenbeinturm-Truppe, wenn sie irgendwas auf das geben würden, was im Grundgesetz drin steht. Aber wir haben die letzten zweieinhalb Jahre in diesem Land erlebt. Wir wissen, da geben sie in der Regel nicht allzu viel drauf. Deswegen müssen wir an der Stelle lobend hervorheben einen Artikel von, wie hat es denn überhaupt berichtet, von BR. Viele andere haben auch darüber was gemacht. Aber BR war jetzt so, das habe ich mir als Quelle für euch rausgesucht. Da ja die Haus- und Hof-Trolle immer meinen, alles Verschwörungstheorie. Deswegen gibt es ganz, ganz gern mal Quellen vom öffentlich-schlechtlichen Dumpfunk, weil die in der Regel auch von eben jenen, naja, Wegsperrfetischisten akzeptiert werden müssen. Ist ja deren Entourage in aller Regel. Auf die berufen sie sich ja immer. Und da mache ich das immer ganz gern, dass ich ihnen ihre eigenen Mainstream-Koryphäen um die Ohren knalle. Deswegen jetzt BR. Die haben mitgeteilt, dass in vier Bundesländern nun das Wegsperren-Geschichte ist. Ja, so ziemlich alle Länder um uns herum haben sich von diesem Wahnsinn längst verabschiedet. Aber hey, im besten Absurdest an aller Zeiten. Wenn da einmal was eingeführt wurde, wissen wir Bescheid. Dann bleibt das normalerweise. Völlig wurscht, ob es einen Sinn ergibt oder nicht. Aber man kann ja auch eine Schaumweinsteuer zum Erhalt der kaiserlichen Flotte zahlen, obwohl es weder einen Kaiser noch eine Flotte gibt. Das funktioniert schon irgendwie. Schauen wir uns die vier Bundesländer an, die da jetzt nicht mehr mitmachen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon mitbekommen. Irgendwie verlassen auch die letzten Verbliebenen das sinkende Schöpf. Wir sind nicht bei der Tagesschau. Ich will jetzt niemanden als Ratte diffamieren. Aber das Sprichwort lautet ja nun tatsächlich so. Flaggy hör mal bitte auch darum zu fressen. In dem Fall könnte man das Sprichwortbezogen ja wirklich so bezeichnen. Aber es gewirrt sich natürlich nicht. Während vor ungefähr zwei, drei Monaten immer noch so eine Handvoll aus der Rotpunkt-Fraktion unterwegs war. Die Twitter-Nutzer unter euch, die wissen das. Da gab es bei Twitter mal so ein Massenphänomen, so eine Modeerscheinung. Da haben sich diese ganzen Wegsperr-Fetischisten zu roten Punkten in deinen Namen gesetzt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie cool sein sollte. Wahlweise noch irgendwelche Schwachsinn-Spritzen-Emojis oder so. Also wirklich ganz, ganz krude, wie bei so einer abgespaceden Sekte. Aber wenn es ihnen gefällt, wenn sie nichts anderes im Leben haben, sollen sie es machen. Aber diese Rotpunkt-Fraktion hat ziemlich stark abgenommen. Da sieht man jetzt kaum noch jemanden davon. Und auch die namhaften Unterstützer des Irrsens sind weitestgehend zurück in irgendwelche Löcher gekrochen. Man hört von Drost Noccio nicht mehr viel. Montgomery hat sich mittlerweile arg am Rieben gerissen die letzten Tage. Auch der spielt im öffentlichen Diskurs kaum noch irgendeine Rolle. Sudolphus ist längst gekippt. Wen hatten wir denn noch so? Ich glaube, der Kretschmer ist anfangs auch noch schön mitmarschiert. Aber das sind mittlerweile alles Geschichten von gestern. Alles Schnee von gestern. Auch wenn man es natürlich nicht vergessen darf. Das ist ganz klar. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Und es ist auch wichtig, dass man sich daran erinnert, wie die Leute damals gehetzt haben gegen all jene, die nicht mitmarschiert sind. Es gibt aber noch einen, so ein bisschen das Gallien. Es gibt noch einen einzigen, der die Paranoia aufrecht erhält. Das ist der Gammelan. Der gammelt immer noch auf Twitter vor sich hin. Allerdings ohne roten Punkt, glaube ich. Ohne Rundenfraktion. Dafür macht er nach wie vor Panik ohne Ende. Auch wenn ihm da kaum noch irgendjemand zuhört, außer ab und an mal irgendwie so ein paar Verstrahlte, die noch übrig geblieben sind. Auch die Bundesländer, die scheren nun reihenweise aus. Und bereits ab dem 16.11., also in vier Tagen, werden die Ersten, darunter Bayern, Södistan, das Wegsperren bei einem positiven IQ-Test abschaffen. Neben Bayern wollen ebenfalls Schleswig-Holstein nachziehen. Hessen will es abschaffen und auch Baden-Württemberg. Klar, da fehlen noch ein paar Bundesländer. Aber wenn die Ersten damit angefangen haben, dann gibt es einen Domino-Effekt. Denn man kann es schwerlich argumentieren, warum sich jemand in Brandenburg wegsperren lassen soll. In Schleswig-Holstein ist aber nicht notwendig. Das ist einfach Balla-Balla. Das ist ganz klar. Die Leute sind ja nicht blöd. Heißt also, die anderen Bundesländer werden zwangsläufig nachziehen. Ansonsten zerlegt sich der Irrsinn nämlich selbst. Warten wir mal ab, wie lange es dauert, bis unser Käpt'n Gammel-Ehenchen irgendwann mal Ruhe gibt. Denn klar, der tobt, der geifert natürlich. Der kommt damit überhaupt nicht klar. Aber damit wird er jetzt allerdings leben müssen. Die Sache ist nur, es ist sogar ein Stück weit nachvollziehbar, dass er jetzt so völlig am Rad dreht. Denn im wahrsten Sinne des Wortes lebt er ja von der Panikmache. Wenn die Paranoia wegbricht, wenn man niemanden hinterm Ofen mehr vorlockt mit irgendwelchen Bekundungen, wie schlimm doch angeblich alles ist, dann hat er de facto keine politische Daseinsberechtigung mehr. Der macht ja seit zweieinhalb Jahren nichts anderes. Der propagiert ja nur, wie schlimm alles ist. Und wir sind ja seit März alle ausgestorben, nicht wahr? Also ich fühle mich relativ gut. Ich bin ganz gern ausgestorben. Mich stört das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das war doch das, was uns letzten Winter erzählt wurde. Bis März sind alle gewöhnt oder verstorben. Also ich habe weder was konsumiert, noch habe ich irgendwie Zombie gehabt. Das Einzige, was ich hatte, war letztes Jahr, muss November rum gewesen sein, Mandelentzündung. Das wisst ihr ja, war unschön, aber es war jetzt nicht Zombie. Das heißt also, laut Gammelan bin ich seit März verstorben. Und ihr sicherlich auch, oder viele von euch. Und ich weiß an der Stelle natürlich nicht, wie es euch geht, aber ich komme mit diesem Zustand doch ausgezeichnet. Klar, ich finde das jetzt sehr, sehr angenehm. Naja, kleiner Scherz an der Stelle. Wir haben allesamt mitbekommen, was da für ein Irrsinn erzählt wurde, was uns da für ein Schwachsinn eingeredet wurde. Bloß damit sich die Panik weiter am Leben hält. Wenn die Panik jetzt weg ist, dann steht der Gammelan nackt da. Dann ist der Kaiser, der ist ja sowieso schon nackt, also jetzt bitte nur im übertragenen Sinne. Dann steht er komplett nackig da, weil jeder sieht, dass da nicht allzu viele Kompetenzen vorhanden sind. Es ist nämlich das eine, von Fernsehstudio zu Fernsehstudio zu tingeln und immer nur Drama, Drama, Drama zu schreien. Und das andere tatsächlichen Gesundheitsministerium konstruktiv zu leiten. Und genau das kriegt ihr ja offenbar nicht hin. Das haben wir ja mitbekommen. Da gibt es ja massive Kritik aus den eigenen Reihen. Da scheint es komplett drunter und drüber zu gehen. Und die Mitarbeiter sind wohl alles andere als erfreut. Auch in der eigenen Partei, in der SPD, wird der Rückhalt immer geringer. Heißt, klar klammert sich Gammelähnchen an jeden Strohhalm, den er irgendwo noch findet. Aber retten wir uns ihn nicht. Die Paranoia, die ist durch. Die ist durch bis auf China. Aber die sind ja sowieso ein Sonderfall. Die stehen ja auf die Unterdrückung der Bevölkerung. Und denen ist da jede Begründung für recht. In Absurdistan hat man mittlerweile lernen müssen, dass es irgendwann auch mal wieder genug ist. Denn allzu lange oder dauerhaft lässt sich das auch keiner gefallen. Das führt uns auch gleich zur nächsten Meldung. Die hat der WDR für uns. Und die ist an sich tatsächlich sehr positiv. Es haben nämlich gestern zum Karnevalsbeginn 50.000 Menschen weitestgehend friedlich. Ja, es gab ein paar Messerstechereien, aber gut, das ist halt Nordrhein-Westfalen. Das kennen wir ja gar nicht mehr anders. Dort haben 50.000 Menschen nun gestern weitestgehend friedlich den Karnevalsbeginn gefeiert. Ob ihr jetzt Karnevalsfans seid oder nicht, das ist natürlich euch überlassen. Aber daran sieht man, dass offenbar ein nicht ganz unerhebliches Interesse daran besteht, gemeinsam sozialen Kontakten zu frönen und draußen eine schöne Zeit zu verbringen. Oder auch drinnen. Das kommt natürlich aufs Wetter an. Normalerweise ist es wohl so, dass beim Karnevalsauftakt etwa 30.000 Leute da sind, schreibt zumindest der Westdeutsche Rundfunk. Die sitzen in der Stadt, die sollten das zumindest in so einer unpolitischen Thematik hinbekommen, da irgendwie was Seriöses rauszugeben. Wir sehen also, es sind jetzt 20.000 mehr geworden. Und klar, die durften ja die letzten zwei Jahre kaum was machen. Und es hat also auch ein paar Leute hinterm Ofen vorgelockt, die dann festgestellt haben, es ist ja vielleicht doch ganz gut, mal mit Leuten zusammenzukommen. Das sind fast doppelt so viele wie gewöhnlich. Das allerdings hat dafür gesorgt, dass die Stadt Köln nun komplett überfordert war. Denn die Reker und Konsorten, die haben es nicht hinbekommen, ein vernünftiges Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Und ich denke, das sollte das Mindeste sein, was man von einer Million... Wie viele Einwohner hat Köln? Haben die? Kratzen die an einer Million? Ich verwechsel das jedes Mal. München hat, glaube ich, 1,3 Millionen. Bin mir nicht sicher, wie viele Einwohner Köln hat. Auf jeden Fall mehrere hunderttausend. Das ist jetzt nicht die allerkleinste Stadt. Und da sollte man ja schon von ausgehen können, dass eine Stadtregierung, die nicht erst seit vorgestern im Amt ist, mit einem Massen-Phänomen, mit einer Massenveranstaltung klarkommt, dafür sorgt, dass es da vernünftige, vernünftige, regelte Zustromwege gibt, vernünftige, regelte Wege, wo die Leute sich von entfernen können, von der Feier, dass da eben kein Chaos losbricht. Weit gefehlt. Es ist chaoslos gebrochen. Zum Glück ist da keiner weiter zu Schaden gekommen. Deswegen können wir jetzt ein bisschen drüber lachen. Der WDR berichtet hier nämlich vom Chaos beim Karnevalsauftakt. Und zwar wurde das... Wurde... Zitat erwähnt. Das Sicherheitskonzept der Stadt funktionierte offenbar nicht wie geplant. Ach so. Das funktionierte offenbar nicht wie geplant. Also so dieses relativierende Offenbar. Offenbar gibt es ein Problem auf der AC. Da klebt nämlich jemand. Ja, offenbar funktionierte das Sicherheitskonzept nicht wie geplant. Das ist völlig korrekt, lieber WDR, aber das Offenbar hätte da streichen können. Konkret wurden nämlich Absperrungen wie auch Ordnungskräfte einfach überrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat teilweise sogar Züge gestoppt. Bis Freitagabend sind keine Bahnen mehr gefahren auf gewissen Strecken. Die Zugänge zum sogenannten Studentenviertel. Ich kenne mich in Köln nicht gut aus. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das geografisch zu finden ist. Auf jeden Fall wurden die Zugänge zum Studentenviertel wohl versucht, dann irgendwann abzuregeln, weil es einfach aus allen Nähten geplatzt ist. Und die Reka stand dann so da, schulterzuckend. Na ja, blöd. Aber solange keinem was passiert ist, dann ist alles gut. Ja, die Jame-Wassen sind in das Wort das einfach umgerannt, die Absperrungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt nicht ein Stück weit sympathisch finde. Ich hätte mir das die letzten zweieinhalb Jahre häufiger mal gewünscht, solange keiner zu Schaden kommt. Klar, dass es jetzt keine Massenpanik werden soll, wie in Südkorea, da müssen wir nicht drüber reden. Aber dass die Leute einfach mal gepflegt drauf scheißen und sich ihren Weg selber bahnen, das finde ich jetzt sehr, 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 sehr positiv. Und dann zuckt die Reka so mit den Schultern. Ja, ja, hm, solange nichts passiert, passt es doch. Im Vorfeld gab es bereits Warnungen, Anmerkungen von Leuten, die sich damit ein bisschen besser auskennen als die Reka, nämlich den Gastronomen, die in den Vierteln ansässig sind. Die haben vorher schon angemahnt, liebe Stadtregierung, es wäre vielleicht sinnvoll, dafür zu sorgen, dass Ausweichflächen geschaffen werden, dass sich das Ganze ein bisschen verteilt, dass man eben die Hotspots, die zu erwarten sind, wo besonders viele, die feiern wollen, zusammenkommen, dass man die ein bisschen entlastet, dass man die Partyströme so koordiniert, dass jeder ein Plätzchen zum Tanzen hat. Die Gastronomen, die wurden ignoriert. Hat keinen sie wirklich interessiert? Und jetzt wundert man sich beim WDR, dass offenbar das Sicherheitskonzept nicht so funktioniert hat, wie geplant. Ja, Captain Obios mal wieder. Also muss man nichts weiter zusagen. Es gab im Vorfeld massenhaft Kritik. Man hat mitgeteilt, das kann so nichts werden. Und dann kamen auch noch 20.000 Leute mehr als ursprünglich vorhergesehen. Ja, es ist irgendwie einmal mehr sinnbildlich für den Zustand des Landes. Ich hoffe, dass viele hier gestern eine wunderschöne Feier hatten in Köln. Klar, das ist jetzt ein bisschen tragisch, dass es mal wieder Messerstechereien gab, aber wie gesagt, wir sind nun mal in NRW, jetzt zumindest thematisch gesehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch dort vor Ort sitzen. Ich bin in Brandenburgistan. Aber NRW ist ja für gewisse soziokulturelle Problemchen, um das mal ganz, ganz harmlos auszudrücken, bekannt. Da führt uns dann auch gleich das erste große Tagesthema hin. Wir greifen jetzt mal ein Stück vor. Wir sind zwar erst seit ungefähr einer Viertelstunde zu Gange hier, aber wir nehmen mal ein Tagesthema jetzt schon mit rein, weil das gerade eine schöne Überleitung ist. Das hat die Tagesschau vermeldet und beruft sich auf den VBE. Das ist wohl der Verband der Lehrergewerkschaft in Deutschland. Ich glaube, Verband für Beamteter, Erzieher oder so heißt es? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Lehrerverband, ein relativ großer. Wenn jemand von euch Lehrer ist, dann gerne mal hereinhauen, wer da nur alles Mitglied ist in diesem Verband. Die befragen seit 2016 ihre Mitglieder an Schulen, ihre Lehrkräfte, wie denn da so die Zustände sind. Und jetzt haltet euch fest, das ist nicht allzu überraschend, aber es ist doch ein bisschen schockierend, wenn man sich die Zahlen anschaut und wenn man das mal kurz durchdenkt. Klar, wir alle sind raus aus der Schule oder die meisten von uns zumindest, aber es ist jetzt bei mir gefühlt noch nicht ganz so lange her. Ich weiß nicht, wie ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin ja nur noch seit 10 Jahren beim Abend und fertig, das ist krass. Aber es kommt mir trotzdem immer noch so vor, als müsste ich morgen wieder hinmarschieren, so nach dem Motto. Also da ist jetzt nicht so, dass ich mich fühle, als wäre ich jetzt seit 50 Jahren nicht mehr in der Schule gewesen. Im Gegenteil. Also es ist alles noch relativ nah, noch relativ greifbar, zumindest die Oberstufe. Ich habe auch die Schulsachen noch irgendwo rumfliegen. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, was da so in der Schule abging. Ach, danke DJ, der VBE ist der Verband Bildung und Erziehung. Hat also nichts mit den Verwarmten zu tun. Ist also der offizielle Lehrerverband. Und man hat ja früher auch mal so ein paar Sachen mitbekommen, wie so die klassische Stimmung an der Schule war. Nun habe ich da eine relativ privilegierte Situation gehabt. Unsere Schule war die, die den besten Ruf hatte in der Stadt. Wir hatten eigentlich keine Drogenproblematiken, kein gar nichts. Bei uns wurde auch am meisten ausgesiebt. Wurde uns zumindest mal gesagt, ich finde es bei anderen Gymnasien sah das ein bisschen anders aus. Also wir waren da schon in einer sehr angenehmen Situation. Wir hatten jetzt sehr, sehr wenig Gewaltdelikte oder irgendwas. Im Prinzip eigentlich überhaupt nichts. Es gab einmal einen Skandal bei uns in der Abschlusswoche. Da ist jemand mit der Softair-Waffe gekommen. Na gut, das war halt fürs Motto. Da hat er mir nicht aufgepasst. Das war das Einzige, was ich namhaft, oder was ich in Erinnerung habe, wo mal ein Polizeiansatz bei uns war. Ansonsten war da nie irgendwas. Was andere Schulen eben, naja, die schreiben da andere Geschichten, was sowas angeht. Und deswegen hat es mich doch ganz schön schockiert. Es war keine katholische Schule. Nicht solche, nicht solche Gerichte. Ich war auf keinem katholischen Mädchen in der Tat. War ein ganz normales Gymnasium. Aber nur damit ihr versteht, warum mich das jetzt so schockiert hat, als ich die Umfrage gelesen habe. Oder diese Befragungsergebnisse. Aus dem Jahr, aus jetzt die aktuellen. Zwischen 2018, da waren die Vergleichswerte her und eben jetzt die neueste Befragung. Und ich kann mich, wie gesagt, gar nicht daran erinnern, dass wir irgendwie große nennenswerte Probleme mit Mobbing hatten. Mit irgendwelchen körperlichen Gewaltdelikten gleich gar nicht. Und, naja, alles, was da sonst noch so drum herumschwirrt, irgendwelche Nötigungen oder so, das gab es bei uns auch nicht. Zumindest habe ich es damals nicht von mitbekommen. Ja, ich bin 2012 fertig geworden. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Aber es sind verschissen zehn Jahre. Das ist jetzt keine Weltreise. Es ist jetzt nicht so, dass ich in die Tages gestiegen bin und tausend Jahre in die Zukunft geflogen bin. Aber manchmal mache ich das auch. Ne, gucken wir uns mal die Umfrageergebnisse an. Es ging konkret um Gewalt gegen Lehrer. Und zwar wurden abgefragt Themenfelder wie Beleidigung, Mobbing, Angriffe körperlicher Art, aber auch so Sachen wie Bedrohungen oder Nötigungen. Und, jetzt muss ich gucken, dass ich die richtigen Zahlen für euch finde, ganz besonders herausgestochen hat Nordrhein-Westfalen, deswegen auch der Übergang. Ja, das wundert jetzt keinen. Ein böse Zungen würden sagen, das Kalifat NRW. Da kriegt man das ja seit Jahren immer wieder mit. Ganz speziell auch herausgestochen, gewisse Sonderschulen, was körperliche Übergriffe angeht. Aber auch alle Schulen zusammengenommen, da wird berichtet, dass mittlerweile zwei Drittel, also 66 Prozent in etwa, aller, aller Schulen von zumindest psychischer Gewalt berichten. Gegen Lehrer. Befragt wurden 1300 Lehrer, ja, das ist jetzt sicher nicht, wir haben ein paar mehr Lehrer in Deutschland, ist jetzt bestimmt nicht die Gesamtanzahl der Lehrer, aber die suchen sich eben von jeder Schule ein paar raus, die dann da befragt werden. Vladimir, was machst denn du? 66 Prozent haben ein oder mehrmal psychische Gewalt an ihrer Schule erlebt. Nicht die Schüler, sondern die Lehrkräfte. Im Jahr 2018 waren es nur 48 Prozent. Zwei Drittel der befragten Lehrer wird konfrontiert mit Bleidigungen, Bedrohungen, Nötigungen. Das ist heftig. Gab's bei uns überhaupt nicht. Ist mir kein einziger Fall bekannt. Schon krass. Aber es wird nicht wirklich besser, denn ein Drittel davon ist unabhängig der Schule auch noch Psychomobbing ausgesetzt. Also die werden auch noch im Privatleben virtuell diffamiert und diskreditiert und verfolgt von den eigenen Schülern oder teilweise sogar den Eltern. Da habe ich auch ein bisschen komisch geguckt, denn die Gewalt geht wohl in den meisten Fällen von Schülern und Eltern aus. Was sind denn das für Eltern? Also da fehlen einem doch auch irgendwo die Worte. Und ein Drittel der Befragten hat von körperlicher Gewalt berichtet. So ein Vorfall, den ich noch nie irgendwo in meiner gesamten Schulaufbahn mitbekommen habe. Ein Drittel der befragten Lehrer, also 1300 durch 3 könnte ausrechnen, berichtet von körperlichen Angriffen, die ihnen im normalen Schulalltag dementsprechend entgegenschlagen. Ja, und dann wundert man sich, dass das absurdistische Schulsystem immer weiter in den Bach runtergeht. Dass da im Prinzip kaum noch irgendwo, naja, was Positives, was man erwähnen könnte, vorhanden ist. Jeder fünfte Lehrer ist zudem sehr unzufrieden in seinem Job. Das Problem ist nur, ich kann ja verstehen, dass er unzufrieden ist, aber wenn er selbst da mit einer Leck mich am Arsch Einstellung rangeht, naja, was vermittelt er denn dann den Schülern? Da kriegt man ja dann mit, oder kriegt ja der Schüler mit, der Lehrer hat gerade überhaupt keinen Bock, und wenn jemand keinen Bock hat, was zu machen, dann überträgt sich das auf die, die dementsprechend lernen sollen, und das geht in die Hose. Wenn ich hier hocken würde und eine Fluppe ziehen würde, wie 10 Tage Regenwetter, und überhaupt keine Lust hätte, mit euch zu reden, da hättet ihr auch keinen Spaß dran. Ich denke, das ist ganz klar, das ist in jedem Bereich genauso. Wenn jemand einen Vortrag hält und da keine Lust drauf hat, dann kriegen die Zuhörer das auch mit. Wenn ein Busfahrer keinen Bock hat, einen Bus zu fahren, ja, im Zweifel kriegt das vielleicht auch der Fahrgast mit, wenn er seht, wenn er scheiße fährt. Nee, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ein Fünftel der Lehrer finden es mittlerweile, empfinden es als Belastung, haben eigentlich gar kein Interesse mehr in ihrem Job. Und das bei dem aktuellen Lehrermangel ist ja nicht so, dass ohnehin an allen Ecken und Enden die Lehrkräfte fehlen, besonders in Berlin. Da hat man ja vor einigen Jahren Quereinsteiger anwerben wollen. Ja, dass das keiner mehr machen will. Ich habe einige im Bekanntenkreis, die Lehramt studiert haben, die dann entsprechend im Referendariat gesagt haben, nee, da könnten wir das, danke, Tschüssikowski. Okay, die haben durchgezogen, Bachelor gemacht, teilweise Master gemacht, sind dann ins Referendariat gegangen und da haben sie dann gesagt, mal im ersten, mal im zweiten Jahr, nee, wir wollen nicht an die Schule. Mach's gut und danke für den Fisch, war schön mit euch, aber das ist nicht unser Ding. Und das ist heftig. Also kenne ich mindestens zwei Leute aus erster Hand, wo ich es mitgekriegt habe und so aus dem Orbit, was man so von Freunden und Bekannten hört, da sind es noch ein paar mehr. Und das sind Leute, die haben sich da richtig reingekniet. Und teilweise haben sie bei uns auch bei uns an der Schule damals noch AGs gegeben, die waren nämlich auch auf meiner Schule, jetzt zumindest einer der Fälle, die ich konkret kenne. Die haben damals AGs geleitet, die haben sich da richtig reingehangen und die haben dann im Referendariat festgestellt, nee, an die Schule, auf gar keinen Fall. Und das ist kein wunderschön, das ist ein gutes Aushängeschild für das Schulsystem. Und besonders aus Berlin höre ich das ziemlich oft. Ja, wenn man mitkriegt, dass ein Fünftel derer, die noch da sind, am liebsten auch das Handtuch werfen würden, ja, dann braucht man sich auch ein Stück weit nicht wundern, dass viele Schüler an vielen Stellen gar keinen Bock mehr auf Schule haben. Klar, jeder hat mal keine Lust auf Schule und jeder wird lieber morgens ausschlafen und Mathematik-Doppelstunde ist jetzt auch nicht ganz so geil. Aber irgendwo ist es doch meistens zumindest so gewesen, dass man eigentlich ja doch ganz gern hingegangen ist. Jetzt nicht unbedingt so, dass man nichts Besseres zu tun gehabt hätte, dass man sich nicht auch anders die Zeit hätte vertreiben können. Aber bei mir zumindest, ich kann jetzt nur von mir reden, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, bei mir war das nie irgendwie eine Qual zur Schule zu gehen. Und das lag eben auch daran, dass es Spaß gemacht hat. Wir hatten einen wundervollen Geschichtsunterricht, das war super. Wir haben unsere politische Minute gehabt, wo wir über Nachrichten geredet haben. Also das, was ich jetzt eine Stunde mache, haben wir damals in fünf Minuten, na gut, ein bisschen länger haben wir auch schon gequatscht. Wir haben diskutiert im Unterricht, wir hatten wunderschöne Aktivitäten, AGs, die wir machen konnten und es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn man morgens um sieben gekotzt hat, dass man los musste. Oder wenn man gekotzt hat, dass man zwei Stunden Physik oder so einen Scheiß hatte. Irgendwie war es trotzdem, macht schon Spaß irgendwo. Vielleicht nicht immer der Unterricht, aber so das gesamte Umfeld. Aber das wäre anders gewesen, wenn die Lehrer ja keinen Bock drauf gehabt hätten. Dann merken eben die Schüler, ja der Lehrer hat keinen Bock auf uns, warum sollen wir denn dann? Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also entweder man macht was, weil man es gerne macht oder man lässt es bleiben. Gut, an der Stelle, wer jetzt seit Jahrzehnten Lehrer ist und diese Rückentwicklung im Niveau, na gut, Rückentwicklung ist es ja nicht, dieses immer stärker sinkende Niveau erlebt, sieht, was da abgeht, dass teilweise da die Eltern gewalttätig werden und so. Ja, da kann ich das nachvollziehen, dass die keinen Bock mehr haben. Aber das würde eben nicht dazu beitragen, dass es wieder besser wird. Und das ist sehr, sehr schade, wenn auch absolut verständlich. Und neue Lehrer wird man so schnell wahrscheinlich auch nicht finden. Viele, die Lehramt studieren, die entscheiden sich dann kurz vor der Angst nochmal um und sagen, nee, machen wir jetzt doch irgendwas anderes. Gehen in die Erwachsenenbildung oder so. Das geht ja dann auch. Das ist ja meistens ein bisschen angenehmer. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Das nennt sich Dunkelziffer, denn wir haben jetzt hier die 1300 Befragten. Wie es aber konkret aussieht, wenn man die 10.000 Lehrer mal zusammen nimmt, das weiß gar keiner so richtig, denn die Meldevorgänge für eben jene Gewaltvorfälle, die sind gar nicht so einfach. 57% der Schulen haben beklagt, dass der bürokratische Aufwand um irgendwelche Gewaltdelikte, irgendwelche Vorfälle zu dokumentieren, dass der viel zu, viel zu hoch ist, dass es viel zu kompliziert ist. Man kann also davon ausgehen, dass viele dieser Vorfälle vielleicht sogar noch unter den Teppich gekehrt werden, so nach dem Motto, wir haben jetzt gerade nicht die Kapazität, die zeitliche Verfügbarkeit, da dementsprechend diesen Meldeweg zu beschreiten. Wir lassen das jetzt runterfallen, weil wir uns da jetzt nicht ewig lange dransetzen können, um das zu dokumentieren. Weil die meisten Lehrer eben auch andere Sachen zu tun haben und die Schulleitungen in der Regel auch. Bedeutet, ein großer Teil davon wird vielleicht überhaupt nicht vermerkt. Ein großer Teil fällt vielleicht einfach hinten über, weil man sich dann doch denkt, naja, ist ja jetzt nichts weiter passiert. War zwar unschön, aber meine Güte. Sorgt auch nicht dafür, dass die Probleme gelöst werden. Sorgt eher dafür, dass sie ein Stück weit vielleicht sogar noch verkannt werden, weil sie gar nicht erst irgendwo dokumentiert werden. Aber es ist genau wie in vielen anderen Bereichen, wenn die Bürokratie überhand nimmt. Und Stichwort Nebenwirkungen. Wir wissen ja, was das für ein Aufwand ist, wenn ein Arzt eine Nebenwirkung dokumentieren soll. Lieber da sitzt da eine Dreiviertelstunde dran und bezahlt kriegt das in der Regel nicht. Ja, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Nebenwirkungen nicht erfasst werden. Und genauso scheint es in Schulen, zumindest in Teilen, auch auszusehen. Dann gucken wir mich noch andere wichtige, noch andere wichtige, wichtige Zahlen für euch haben. Da vielleicht noch die, dass 46% der Schulen in NRW Gewalttaten vermeldet haben. Das ist krass. Also fast die Hälfte aller befragten Schulen aus NRW hat Gewalttaten vermeldet. Und das sind konkret Vorfälle, vielleicht noch Vergleichszeit von 2018, da waren es 35%, also 11% Zuwachs in vier Jahren. Tut weh, also ist wirklich heftig. 11% mehr Gewaltvorfälle in Schulen in NRW binnen vier Jahren. Was hat sich in den letzten vier Jahren geändert? Verschwörungstheorie. Darf man nicht drüber reden. Gucken wir uns noch die konkret aufgenommenen Vorfälle an, die habe ich mir nämlich noch herausgeschrieben. Da ging es, ich habe es euch ja eigentlich schon gesagt, da ging es um direkte psychische Gewalt wie Beleidigungen, Bedrohungen und Belästigungen, aber eben auch Cybermobbing und körperliche Angriffe. All das, was an Schulen für gewöhnlich keinen Platz haben sollte. Immer wieder rühmen sich irgendwelche Politiker, irgendwelche Bürgermeister, die dann mal vorbeifahren in irgendwelchen Schulen, damit, dass sie ja gegen Mobbing-Initiativen haben. Ja, wenn sogar den Lehrern gegenüber Mobbing und körperliche Gewalt zuteil wird, dann muss sich doch keiner wundern, wenn sich die Schüler gegen euch untereinander zerlegen. Und dann wundert es mich auch nicht, dass viele, viele jüngere, jüngere Reisegruppenmitglieder, wir haben ja auch ein paar auf Discord, dass die regelmäßig von massiven Mobbing-Vorfällen berichten. Ich habe mich immer gefragt, kann denn das sein, dass die Lehrer dazugucken? So was hätte es bei uns nicht gegeben. Klar, man mobbt sich mal so ein bisschen, man ärgert sich, es sind halt Kinder, das ist völlig normal. Es ist nicht unbedingt nett, Kinder können grausam sein, das wissen wir, aber so ein bisschen hin und her, das gehört ja dazu. Aber das, was ich teilweise mitbekommen habe von jungen Leuten, die aktuell in der Schule sind, siebte, achte, neunte Klasse, das ist heftig. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie kann das sein, dass die Lehrer zugucken? Wenn 46% der Schulen in NRW Gewalt gegen Lehrer vermelden, dann haben wir einfach andere Probleme, als sich damit zu beschäftigen, was gerade bei den Kindern los ist. Das können sie einfach gar nicht. Und auch das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man gerne in die Schule geht, dass man gerne lernt und dass man am Ende mit einem guten Abschlusszeugnis rausgeht. Aber kommen wir weiter zur nächsten Meldung. Wir wollen ja nicht nur so negative Sachen besprechen. Ja gut, das wird nicht wirklich besser, als hätte ich euch fast irgendwie was Positives angekündigt. Haben wir aber nicht. Wir gucken mal zur Welt. Das nur so als kleine Randbemerkung, ob das was mit dem Zustand an Schulen zu tun hat, das überlasse ich jetzt absolut euch. Aber die Weltzeitung hat berichtet, dass die Bundespolizei im Jahr 2021 63% mehr illegale Einreisen vermerkt hat. Auch hier die Dunkelziffer ist deutlich höher, denn das, was die Bundespolizei macht, sind in der Regel Stichproben. Ihr wisst, oft eine Grenze in Absurdistan kann jeder rein und raus, wie er gerade Bock drauf hat. Wenn da mal jemand hops genommen wird, ist das eher Zufall. Wir sind ja nun mehrfach, also wirklich alle zusammen über sämtliche mögliche Grenzen gefahren, bis sie noch nie kontrolliert wurden. Und wenn wir nicht kontrolliert wurden, ja, die vor uns und die nach uns auch nicht. Also, wir wussten ja keiner, wer da hin und her fährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden, der illegal einreist, tatsächlich dann auch erkennt an irgendeiner Grenze, die ist wahnsinnig gering. Und trotzdem ist die Zahl der registrierten illegalen Einreisen um 63% gestiegen, nämlich auf etwa 57.000 Fälle. Das klingt relativ banal, 57.000, ja mein Gott. Aber das sind nur die, die sie auch zur Kenntnis genommen haben. Hm. Blöd. Was macht man da jetzt politisch damit? Ach, gar nichts. Raus drüber. Von unserer Lieben Nancy, die ja sowieso völlig blind ist, wenn es nicht gerade ihrer eigenen politischen Propaganda dient, so wirklich mit realistischen Problemen auseinandersetzen, das will sie ja nicht. Es geht immer nur rechts, rechts, rechts. Alles andere existiert für die Frau nicht. Ja gut, wenn man dann sonst keine Hobbys hat, bitte sehr. Aber dass da mal eine Aussage käme von der Innenministerin, Fehlernzeiger, da kommt man dann eher zu, da ist dann so das große Schweigen im Walde. Wie viele von den 57.000 illegal Eingereisten bisher abgeschoben wurden, was die logische Konsequenz wäre, wenn sich jemand Zutritt zu einem Land verschafft, ohne einen rechtlichen Grund, ohne die bürokratische Genehmigung dafür, dann ist das normale Vorgehen, dass er wieder des Landes verwiesen wird. Und beim Thema 57.000 illegale Einreisen, da wissen wir ganz genau, das sind alles keine Europäer, weil europäische Freizügigkeit, man kann nicht illegal in ein anderes europäisches Land einreisen, zumindest nicht einfach so, wenn man ein unbescheuertender normaler Bürger ist, wenn man nicht gerade nicht ausreisen darf wegen irgendwelchen Gewaltdelikten oder so, kommt ja mal vor, mit so laufenden Gerichtsprozesse, dass der Straftäter seine Stadt nicht verlassen darf, aber das ist ja für 99,9 Periode Prozent der Bevölkerung völlig irrelevant. Also ein EU-Bürger kann kaum irgendwo illegal in ein anderes EU-Land einreisen. Das muss schon sehr kurios sein. Wissen wir also, dass die 57.000, die eingereist sind, dass die mitnichten mal eben zum Schoppen rübergekommen sind, sondern dass das in der Regel Vertreter aus entfernteren Gefilden sind, die über keine freien Reisevereinbarung mit der Europäischen Union verfügen und die wahrscheinlich auch nicht zum Salzien kommen. Und davon ist das nur die Spitze des Eisbergs, nur die, die überhaupt zur Kenntnis genommen wurden. Man hat ja mal so ein bisschen nachgeschaut in den Zügen, die aus Polen kamen, die über Weißrussland reingeschoben wurden. Die haben natürlich alle angeblich studiert in der Kokaine, in Mordor. Die ganzen afrikanischen Studenten, die in Mordor studiert haben, in Kiew und sowas, aber kein Wort Ukrainisch konnten und kein Wort Englisch konnten. Wie wollen sie da studiert haben? Also abstrus. Da hat man ein paar von rausgezogen. Die hat man ja damals angeblich, wurde zumindest groß medial berichtet, die hat man angeblich wieder wieder in den nächsten Zug gesetzt und nicht einreisen lassen. Davon hatten sie 11.000 hochgenommen. Also nehmen wir von den 57.000 mal 11.000 weg, die über Weißrussland eingereist sind, die man bei den Kontrollen dann auch erwischt hat. Die angeblichen Studenten, naja, wenn ich in einem Land bin und weder die Landessprache spreche, noch irgendwie eine international geläufige Sprache, dann würde es mich doch sehr wundern, wenn man da in irgendeiner Uni überleben könnte. Also das ist Schwachsinn. Selbst wenn man schon Dolmetscher bereitstellt, die dann wirklich jede erdenkliche Universitätssprache durchprobieren, wenn da nichts bei ankommt, dann ist das wohl kein Student. Dann ist das wahrscheinlich jemand, der sich irgendwie Studenten, Studenten, wie auch immer sie das damals bewiesen haben wollen, irgendeinen Semestertipp, Pass oder einen Erstellenausweis gekauft hat oder irgendwas. Ist auf jeden Fall sehr grotesk. 11.000 davon wohl über Weißrussland reingereist, wo die anderen, die anderen über 40.000, herkamen, dass es jetzt nicht genauer definiert wurden. Die FDP fordert konsequent abzuschieben. Ja, wir wissen, das ist ja ein Nazi, wenn man sowas fordert. Wir sind ja das einzige Land, wo sowas politisch sogar noch verharmlost wird, geduldet wird, abgelegt wird. Nach dem Motto, auf die paar 10.000 kommt es doch auch nicht mehr an. Solange noch ein bisschen Geld der anderen da ist, können wir es uns doch leisten. Dass das auf Dauer so nicht funktionieren wird, brauche ich euch, denke ich, nicht mehr sagen. Aber weiter zur nächsten Meldung. Auch die wird nicht besser. Die hat NTV für uns und da geht es mal wieder um aktualisierte Inflationszahlen. Ja, blödes Thema. Richtig blödes Thema. Aber, naja. Wir machen nachher, was schön ist. Wir unterhalten uns ja nachher noch mit Star-Statement und haben eine gute Zeit. Da können wir jetzt ein bisschen die negativen Sachen besprechen. Die offizielle Inflation klettert nun auf 10,4%. Ja, wir wissen alle, dass es Bullshit ist. Muss ich, denke ich, keinem von euch erzählen, dass die 10,4% sie sich ein Jahr schmieren können. Die reale Inflation liegt nämlich deutlich drüber. Das lässt sich besonders gut bei Lebensmitteln erkennen. Das wurde auch noch im Artikel mit aufgeführt. Da beträgt die Inflationshöhe nämlich 20,3%. Wer jetzt mit dem Fremdwort Inflation nicht so gut umgehen kann, vielleicht haben wir ja ein paar Grünlinge anwesend, Inflation, Kaufkraftverlust, also Geldentwertung. Führt also dazu, dass man deutlich mehr bezahlen muss. Also für mehr Geld weniger. Für das gleiche Geld weniger bekommt und das gleiche an Produkten für mehr Geld bekommt. Aber ich denke, das sollte eigentlich logisch sein. Wobei, in der Schule lernt man sowas vielleicht wirklich nicht mehr. 10,4% offizielle Inflationsquote, 20,3% im Lebensmittelsektor und im Energiebereich. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das dürfte klar sein. An der Spitze liegt das Erdgas mit 109,8%. 109,8% Verteuerung. Heilige Scheiße für Erdgas. Energie generell ist bei 55%. Also alles zusammengenommen. Fernwärme immerhin bei 35,6%. Aber 109% beim Erdgas. Boah. Und das alles nur, weil man das günstige Gas aus dem Osten nicht will. Politisch nicht will. Ist nicht so, dass es nicht da wäre. Ist ja keine echte Notlage. Es ist einfach eine ideologische Notlage, will ich es nicht nennen. Aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Man könnte man heute auf morgen sagen, geht nicht. Wir brauchen günstiges Gas. Es ist irrsinnig. Das gleiche Gas, was wir nicht wollen. Nach Indien verkaufen zu lassen. Von Indien nach Kanada verkaufen zu lassen. Von Kanada zu uns zu verkaufen zu lassen. Ja. Dann zahlen wir nicht nur das Gas. Dann zahlen wir auch den Transport von Kanada. Wir zahlen den Einkaufspreis von Kanada mit oben drauf. Wir zahlen den Einkaufspreis von Kanada mit oben drauf. Das wird ja alles dementsprechend mitverrechnet. Also die Kosten stammen ja exorbitant. Und kriegen am Ende das Gleiche. Was wir auch direkt hinkaufen können. Aber das dürfen wir nicht direkt kaufen, denn wir wollen ja einen Highriter nicht finanzieren. Nicht wahr? Also, und wenn die Inder den Highriter bezahlen, dann ist es aber völlig okay. Also das gleiche Geld, was aus Indien kommt, das unterstützt den Highriter nicht. Aber wenn wir den Highriter direkt bezahlen würden, dann ergibt absolut Sinn, liebe Grünleger. Naja, 109%ige Teuerung. Und man lügt sich bei der offiziellen Inflationsberechnung ja auch noch in die Tasche. Das kommt ja noch dazu. Da werden teilweise Sachen mit reingerechnet, die sind so irrelevant für den normalen Alltag. Ja, wenn sich da kaum irgendwas dran ändert an der Teuerung und dadurch die Statistik nach unten verfälscht wird, also es weniger aussieht als im realen Alltag, ja, dann kann man das damit sogar noch schönen. Also wirklich, wirklich realitätsnah ist die Berechnung der Inflation, der offiziellen Inflation sowieso schon lange nicht mehr. Das ist also dieses Einkaufswagenprinzip, was man da überhaupt mit reinwirft, um mit ins Gewicht reinzufallen. Aber selbst mit diesem doch recht realitätsfernen Berechnungsprinzip kommt man auf mittlerweile 10% Inflation. Ich habe da eine spannende Grafik gesehen, denn vor etwa zwei Jahren, also 2019, 2020, war die Inflation fast nicht vorhanden. Also das ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, na nicht ganz in dem letzten, im letzten Jahr eigentlich nach oben geschossen. Und zwar so richtig von praktisch null, ja ganz null war es nicht, aber von gegen null gehend hoch auf 10%. Zwischenzeitlich war sogar der Donner deutlich besser dastehend als der Euro. Mal war es im Moment 1 zu 1, selbst das ist ja schon bitter, ursprünglich war der Euro mal ein bisschen stärker, das war zumindest der Sinn der Sache früher. Dann war der Euro teilweise deutlich weniger wert als ein Dollar. Puh, und das haben wir dann natürlich in allen Bereichen gemerkt, weil auf dem internationalen Markt das meiste in Dollar gehandelt wird. Heißt auch, wenn die Preise beispielsweise im Energiesektor gesunken sind, Öl und sowas, die Ölpreise sind ja zuletzt eher zurückgegangen als gestiegen. Naja, wenn man das Öl in Dollar bezahlen muss und der scheiß Euro nicht wert ist, dann hatten wir gar nicht allzu viel von. So als absurdes Tane alle anderen kriegen günstiges, günstiges Öl, die kriegen günstige Kraftstoffe. Aber der schwachsinnige Euro, es tut mir leid, das war eine schöne Idee, aber das ist völlig gegen die Wand gelaufen. Ich denke, das wissen wir mittlerweile. Gab es ja in den, in den, wie nennt man das denn? Wie nennt man die Jahre um 2010 rum? 2000er waren die Nullerjahre. Und was ist die Bezeichnung für die 2010erjahre? Spätestens seitdem weiß man es ja. So 80er, 90er ist ganz klar, da war ja nicht so logisch, wie man die definiert. Aber was ist denn jetzt die historisch korrekte Bezeichnung für die 10erjahre? Die heißt noch nicht 10er, oder? Aber ich denke, ihr versteht, wie ich es meine. Spätestens da hat man mitbekommen, naja, das ist jetzt nicht so die allergrößte Erfolgsgeschichte. Und wenn wir da jetzt mal zurück zum Urschleim gehen, nur so als kleinen Denkanschluss, zurück nach 2001 in dem Dreh. Ich glaube, so ausgegeben wurde es erst ab 2002, weil das ist ja auch wurscht. Als damals die Mark umgetauscht wurde in den Euro, da wurdet ihr schon mal um 50% eures Eigentums beraubt. Ihr habt 50% eures Besitzes verloren. Wurde ja alles halbiert. Die Gehälter wurden halbiert. Euer Barvermögen oder euer Vermögen wurde halbiert. Was aber nicht halbiert wurde, das waren die Preise. Die sind einige Monate nach Einführung des Euros wieder auf, in Anführungszeichen, vor Reformniveau gestiegen. Heißt, wer vorher 100.000 Mark auf dem Konto hatte, hatte dann plötzlich nur noch 50.000 Euro. So, die ersten Wochen mag das ja noch schick ausgesehen haben. Ja, jetzt kostet die Butter auch nicht mehr 2 Mark, jetzt kostet sie nur noch 1 Mark. 1 Mark. Aber das hat sich doch schon im ersten Jahr wieder verlaufen. Heißt, auf einen Schlag wurden die Menschen um 50% ihres Eigentums mit dieser Währungsreform enteignet, beraubt, um ihr Eigentum gebracht. Und mit der jetzigen Inflation könnt ihr euch ja selber ausrechnen, in Kombination, wie viel euch in den vergangenen gerade mal 20 Jahren an eurem Besitz abgeknüpft wurde. Und zwar völlig kalt, so dass ihr es noch nicht mal richtig mitgekriegt habt, weil Salami-Taktik ist heftig. Also es ist wirklich heftig, das ist jetzt nicht zynisch oder sarkastisch gemeint. 50% auf einen Schlag weg. Wurde damals noch beklatscht? Wäre ja so toll, der Euro. Ah, jetzt haben wir eine offizielle Inflation von 10%. Tendenz steigend. Und der Euro stinkt auch noch gegen den Dollar ab. Ja, das ist wie gesagt eine richtige Erfolgsgeschichte. Das ist einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte. Aber wurde ja bejubelt. Und wenn man das Ganze kritisiert, how dare you? Alles halbiert. Außer die Preise. Aber mittlerweile schon längst nicht nur halbiert. Müsst ihr mal für euch persönlich selber zusammenrechnen, was ihr mittlerweile an... Mehrkosten ist der falsche Begriff. Wie viel ihr jetzt verloren habt durch eben jene Politik der letzten 20 Jahre. Aber gut, das könnte die Laune in den Keller treiben und das ist auch nicht ganz so schön. Naja, wir müssen trotzdem drüber reden, über solche Sachen. Wir sehen nur eine offizielle Inflation, ja, offizielle Inflation über 10%. Zwei-stelliger Bereich. Tendenz steigend. Kommen wir zum letzten Tagesthema oder zum zweiten großen Tagesthema. Zum letzten Thema. Das hat der Tageslügel für uns. Und da schauen wir mal nach Thüringen. Nämlich zum Landtag, der einen Beschluss verabschiedet hat gegen das sogenannte Cendern in öffentlichen Institutionen. Also kann ja jeder machen, wie er mag privat. Meinetwegen, jeder soll sich frei fühlen. Aber in irgendwelchen öffentlichen Stellen hat das nichts verloren. Das ist eine Sprachverhunzung, das ist eine Modeerscheinung für irgendwie gelangweilte Akademiker, wo nun wirklich keiner irgendeinen realen Nutzen von hat und was auch vom Alltag der Menschen meilenweit entfernt ist. Und das hat nun der Thüringer Landtag festgestellt. Mit einer ordentlichen Mehrheit. Die dortigen, die dortige linksgrüne Einheitspartei hat es nicht durchbekommen. Die CDU hat den Vorstoß in den Landtag eingebracht und die CDU hat es durchbekommen. Ebenfalls durch die Abgeordneten der AfD. Die haben also beide gegen das Cendern gesprochen. Und das führt nun, oder gestimmt. Und das führt nun dazu, dass gegeifert wird. How dare you? Wie kann denn die CDU mit der AfD gemeinsam abstimmen? Lieber Callcenter Kevin, der hat nämlich am lautesten geschrien oder mit am lautesten geschrien laut Tageslügelartikel. Lieber Callcenter Kevin, du weißt schon, dass man das Demokratie nennt. Also Verzeihung, aber wo kommen wir denn hin? Wenn man seine eigenen Anträge nicht mehr dementsprechend positiv abstimmen darf, jetzt auf CDU-Seite, auf die CDU bezogen, nur weil eine andere Partei vielleicht auch positiv abstimmt. Oder umgedreht natürlich das Gleiche. Wo kommen wir denn hin, wenn ein Abgeordneter einen Antrag nicht mehr ablehnen darf, nur weil jemand anderes den vielleicht auch ablehnen könnte? Das ist doch grotesk. Ist doch wirklich gar nicht. Das ist völlig krank. Normalerweise sind Abgeordnete, zumindest laut Grundidee, nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet. Es sollte völlig wurscht sein, wie ein Abgeordneter einer anderen Fraktion oder auch der Abgeordnete der eigenen Fraktion. Ich bin ja kein Fan vom Fraktionszwang. Also eigentlich sollte es wurscht sein, wie alle anderen abstimmen. Es sollte jeder für sich selber entscheiden, wie er zu Thema X oder Y steht und dann entweder es annehmen, es ablehnen oder sich enthalten. Aber man kann doch Abstimmungen nicht davon abhängig machen, wie potenzielle andere Abgeordnete entscheiden. Das ist doch gaga. Aber das ist auch das Einzige, was nun in die öffentliche Debatte geraten ist. Denn es geht nicht darum, dass es durchaus ein völlig normaler demokratischer Vorgang ist, dass eben einem Antrag, den eine Partei einbringt, vielleicht auch eine andere Partei zustimmen könnte. Also ganz normaler demokratischer Grundbaustein. Nichts, wo man irgendwas gibt, zum sich drüber ereifern, lieber Callboy. Aber das ist ja das Einzige, was es in den Medien geschafft hat. Hau der jo, die Brandmauer wird. März muss was machen. Es kann nicht sein, dass die CDU Thüringen genauso abstimmt wie die AfD Thüringen. Also wenn ich mich richtig erinnere, als ich es letztes Mal nachgeschaut habe, in der aktuellsten Umfrage, meines Wissens nach, die AfD die stärkste Kraft. Und das nicht ohne Grund. Könnte vielleicht genau wegen so einem Irrsinn sich ergeben haben, was ich jetzt nicht schlimm finde, muss ich dazu sagen. Ihr wisst ja. Aber es geht jetzt nicht um meine politischen Präferenzen, es geht ja eher so ein bisschen um eine rationale Herleitung. Vielleicht haben die Thüringer einfach keinen Bock mehr auf so einen Irrsinn, den der Kurs hinter Kevin rauskotzt. Vielleicht haben die Thüringer keinen Bock auf irgendeinen Haltzender, Schwachsinn und 93.000 Scheißhäuser. Vielleicht haben sie keinen Bock, sich leidigen zu lassen, wenn sie nicht so abstimmen, wie es der SPD gerade in den Kram passt. Vielleicht haben sie keinen Bock, im Kalten zu sitzen und zu frieren. Vielleicht kommt das nicht unbedingt von ungefähr, dass die AfD die stärkste Kraft in Thüringen ist. Und sich hinzustellen und eine antidemokratische Gesinnung raushängen zu lassen, die seines Leichen sucht. Von wegen, ihr dürft den Antrag nicht einbringen, weil die anderen sonst zustimmen könnten. Ja, das muss man auch erst mal, also den Mut muss man erst mal haben. Stellt euch mal vor, das hätte ein böser, böser AfD-Politiker gemacht. Der hätte gesagt, Grüne, ihr dürft dem Antrag nicht zustimmen, weil die Linken da auch zugestimmt haben. Da würde doch jeder fragen, also sagen, du hast doch einen am Sträußchen, Kollege. Das ist halt so, das ist Demokratie. Kann jeder abstimmen, wie er es für sich selbst am sinnvollsten erachtet. Ja, in Thüringen offensichtlich nicht. Ja, unsere Vorzeigedemokraten sind in der Regel die undemokratischsten von allen. Und das Spielchen haben wir ja jedes Mal aufs Neue. Das ist ja andauern. Wenn irgendjemand, einen Antrag einbringt, der eine Mehrheit findet und da auch nur ein böser AfD-Politiker dafür gestimmt hat, dann wird ja sofort gehetzt, diese Zusammenarbeit, die geht nicht. Ja, das nennt sich normaler Parlamentsbetrieb. Aber da sehen wir einmal mehr, es geht eben jenen politischen Herkreisen, der links-grünen Einheitsfront, in der Regel nicht um Sachpolitik, nicht um irgendwelche themenspezifischen Erwägungen. Da geht es nicht um irgendwas, was sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, was gut oder oder weniger gut für die Bevölkerung wäre. Nee, da geht es nur noch darum, ihr dürft nicht so abstimmen wie die. Und wenn die so abstimmen, dann muss der Antrag abgelehnt werden. Das ist gaga. Das ist wirklich gaga. So funktioniert ein normaler Parlamentsbetrieb in aller Regel nicht. Führt auch zu einer verstärkten Politikverdrossenheit der Bevölkerung, weil die sich auch verarscht bei Vorkommen. Und das ist die negative Begleiterscheinung, denn so sollte es eigentlich nicht sein. Dass Anträge angenommen oder abgelehnt werden, je nachdem, wer dafür oder wer ergegen ist, ist gaga. Und Wahlen rückgängig machen, genau, Korks. Danke. In Thüringen hat man ja auch die Wahl rückgängig gemacht. Ja, sehr demokratisch. Die Wahl muss rückgängig gemacht werden. So dreist waren sie, glaube ich, nicht mal in der DDR. Ich habe die DDR selber nicht erlebt, ich bin da auch sehr, sehr froh drüber. Aber dass man da ganz offen in den Staatsmedien verkündet hätte, dass eine Wahl rückgängig gemacht werden muss, ich glaube, das gab es nicht mal dort. Und das will schon was heißen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende, haben wir unsere sechs Themen besprochen, es ist auch schon wieder 16 Uhr. Um 21 Uhr sehen wir uns dann gleich wieder bei Starstable, um 21 Uhr am Moorlandstall. Das Thema vom heutigen Ausritt habe ich euch heute schon gesagt, der 692. Unabhängigkeitstag der Wahlerei. Heißt also ein bisschen feierlich eingeritten kommen oder in den Farben immer da high oder einfach kreativ werden, wie ihr eben Lust drauf habt. Und dann machen wir uns einen schönen Abend. Ja, könnte 21.30 Uhr werden. Ihr wisst, ich muss vorher mal noch einkaufen und so. Aber angepeilt ist 21 Uhr. Da sammeln sich ja auch dann immer schon die Ersten im Moorland. Sagen wir Pi mal Daumen 21 Uhr. Wir haben ja jetzt kein Halloween-Event mehr. Das heißt, heute müssen wir uns wieder mit den normal zugänglichen Bereichen begnügen. Das letzte Mal Halloween ist ja erst mal durch bis nächstes Jahr. Aber machen wir das Beste draus, bis das Weihnachtsevent stattfindet. Und schauen wir mal, wie wir in Moorland auch ein bisschen eine schöne Zeit haben können. Ich habe hier noch einen Flavikanten für euch. Ich weiß nicht, ob eine Juna gerade da ist. Nee, die ist hochgegangen. Ich sehe sie zumindest nicht. Die muss irgendwo nach oben spaziert sein. Da hängt der Flavikant hier. So ein bisschen semi-motiviert, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Der ist richtig groß geworden. Schaut euch mal diesen Klops an. Also es ist ein richtig, richtig langer Kater geworden. Und der hat auch ein bisschen zugelegt. Das ist jetzt im Winter nicht das Allerschlechteste. Dem geht es auf jeden Fall gut. Ich denke, das ist ganz offensichtlich. Und ein schönes Winterfell hat er bekommen. Hm, Claudine? Ah, ich lasse euch mal ein Stück weiter in Katzenrichtung schauen. Da seht ihr den Koloss, das Koloss? Ich glaube den Koloss. Den Katerkoloss. Schnurrt übrigens. Das hört ihr jetzt nicht. Ihr seid jetzt weit weg. Aber es ist doch faszinierend, wie viel der kleine Kater in einem Jahr gewachsen ist. Juna eingeholt hat er noch nicht ganz. Juna ist insgesamt ein bisschen massiger und ist auch noch ein Stückchen höher als er. Aber ich bin mir ziemlich sicher, der kriegt die Juna auch noch. Hm, Kater? Da muss man ein bisschen lauter schnurren, dann hören dich die Leute auch. Ja, und ihr seht, es ist immer noch ein Garfield wie aus dem Buch. Also im Prinzip kann man mit dem Kollegen alles machen. Nee, nicht knabbern. Das stört ihn gar nicht. Den kann man umdrehen, den kann man rumtragen, den kann man anheben, den kann man in die Luft werfen. Nicht, dass ich das jetzt machen will, aber der ist tiefenentspannt. Der ist so gechillt. Das ist, naja, Juna ist da was anderes. Die ist ja eher so die feine, die feine Dame. Die, die teilt dann auch mit, wenn sie was nicht will. Aber der Vladdy. Hm, Kater? So ein Stofftier. Aber ein süßes Stofftier. Gerade hat er am Öhrchen einen kleinen Kratzer, da hat Juna ihn anscheinend erwischt. Oh, es maust. Juns? Na komm. Da kommt's getrappelt. Juns, Kaya. Komm. Seht ihr sie? Komm, Jansi. Komm her. Juns, nach dir wurde verlangt. Naja. War ein Kurzbesuch von Juns. Wenn sie wirklich Bock hat, so auch nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, zumindest habt ihr gesehen, die Juna ist auch am Start und der geht's auch gut. Jetzt aber bis später dann. Mal gucken, ob wir heute um 20 Uhr vor dem Ausritt noch Lachnachrichten haben. Ich hab schon was Lustiges gefunden. Aber vielleicht sammle ich noch bis morgen, dass wir morgen wieder Lachnachrichten zum Anschauen haben. Entscheide ich dann ganz spontan. Jetzt erstmal nicht ärgern lassen. Mal gucken. Vielleicht unternehme ich noch einen kleinen Spaziergang. Hätte ich eher vor dem Vlog machen sollen. Ist jetzt doch schon wieder relativ duster. Keine Juns, Kaya-freundlichen Uhrzeiten mit der Winterzeit. Einschlafen habe ich nicht geplant. Nee, ich freue mich ja auf den Ausritt heute Abend. Hör mal auf, Gladdy. Nicht alles anknabbern. Du hast oben dein Trockenfutter, wenn du kauen willst. Und jetzt genießt euren restlichen Samstag. Ups, aus.